So könnt ihr eure Freunde in Minecraft sehr doll erschrecken. Dazu geht ihr zu eurem Haus, baut euch hier zwei Blöcke runter und hier unter der Tür auch einmal lang. Dann hier auch zwei Blöcke runter oder eher drei und hier ein Piston, ein Amor-Stand, Zombie-Kopf- und Leder-Chestplate an. Dann brauchen wir nochmal einen Piston, der ja euren Bodenblock hat. Schiebt den zweimal runter. So, und dann platziert ihr einfach hier vorne noch eine Druckplatte hin und fertig ist der Prank. Viel Spaß damit!